Wir sind hier in der Athletes Village in Krasnoyarsk und zeigen euch, wie wir hier leben. Wie viel Futter hast du überhaupt bekommen? So, und jetzt zeigen wir euch, wie wir schlafen. Musik Es ist bis jetzt leider leer, aber ich hoffe natürlich, dass es mega viele Medaillen gibt für uns. Hallo Kurt, was bist du gerade am machen? Ein Instagram-Post. Ja, noch nicht. Du musst dann schnell den Händel sagen, dann kann ich markieren. Musik Ich zeige euch das Zimmer, in dem wir hier drin wohnen und schlafen. Musik Sixpack Philipp noch im Bett. Mein Lieblingsbuch. Philipp, was lest du eigentlich? Ich habe dein Strassektbuch heute gemacht. Das ist noch interessant. Das hier ist das zweite Zimmer. Hier schlafe ich allein. Liegt zum Glück nicht schon in dem Bett. Und hier ist noch unser Luftbefeuchter. Musik Musik Musik